Hallöchen Türchen Nummer 14 und hier drüben wird es langsam eng. Hier ist nämlich nur noch eins drin und lass mich raten es ist ein Bit. Ein Torbieder und zwar ein T20. Wo haben wir den anderen? Momentum, hier war der vom letzten mal der Bit. Der ist jetzt ein paar Ecken größer. Das war ein 15er. Das letzte mal, diesmal ist ein 20er dabei. Kann ich nicht viel zu sagen, außer die gewohnte Qualität ist ja nun leider nicht der erste. Aber ja gut, müssen die Türchen ja voll kriegen. Sie können ja nicht einen Wert von 600 Euro Werkzeug reinpacken. Ja, ein Bit würde ich sagen. Bis morgen. Ciao.